pimp up my plaster und heute zeige ich euch mal was es da für schöne sachen gibt die nachher gezeigten sachen die gibt es alle beim verkäufer die magic zu bestellen der verschickt dann aus china müsste somit der größte worker anbieter auf ebay überhaupt sein und wenn euch das eine oder andere interessiert ich poste mal den link dazu im text von dem video und da könnt ihr euch bei seinen produkten mal so durchwurschteln so hier haben wir dann die ganzen schulterstützen mal optisches zubehör um den plaster ein bisschen schöner zu machen und wo fange ich denn an ich fange mal an zwar mit den schulterstützen nehmen wir mal eine retaliator da seht ihr jetzt die schulterstützen passen da nicht drauf das heißt ihr müsst es abschrauben das original und bei den schulterstützen ist immer noch so ein adapter hier mit dabei und den müsste dann einfach drauf schrauben ja den adapter haben wir dran gemacht ich habe noch so eine lauf verlängerung das problem ist bei den verschönerungen von den plaster da muss man den eigentlich immer umbauen damit man die röhrchen überhaupt rein bekommt weil so reinstecken geht nicht und das ist bei dem bei den aufsatz von terrien 3d print halt ein bisschen schöner gemacht das könnte nämlich dann kompatibel mäßig direkt auf die plaster drauf stecken so wir sind aber bei den schulterstützen so jetzt kann man hier verschiedene schulterstützen dran machen und da gibt es ja die unterschiedlichsten versionen das ist jetzt eine normale die kann man nicht rumklappen die könnte aber dann hier in der länge so ein bisschen verstellen so die zum umklappen hätten wir dann zum beispiel hier die habt ihr mal bei meiner ich glaube es passt 12 mod gesehen seht ihr das könnte also umklappen finde ich auch ziemlich cool so habt dann schön kleinen plaster das gibt es noch in einer anderen version klack jetzt ist eingeklackt und es schaut dann so aus also ich finde die plaster sehen optisch dann richtig schick aus gefallen mir auf jeden fall mal besser als wenn er jetzt mal hier nur zum vergleich seht ihr das ist dann die normale retaliator und das ist dann so ein bisschen gepinkt das sagen wir mal so das machen wir mal da hinten hin die anderen schulterstützen die haben wir schon gezeigt die sind mehr so was die kann man zum beispiel auch prima die regen mk2 ist wenn ich so der tollste plaster aber die kann man mit den schulterstützen auch hier optisch schön aufwerten zeige ich euch mal schaut mal hier das sieht doch richtig cool aus oder so dann haben wir noch die wandel die ist dann wieder zum zum einklappen seht ihr und dann könnt ihr da wieder ich habe mein spinat nicht gegessen die könnte dann wieder kleiner machen das ist zum beispiel auch nicht schlecht so was haben wir denn noch schönes ja voll runter ja hier meine strife da gibt es auch ein schönes kit für und zwar könnt ihr so eine picatinny schiene hier drunter machen und zwar die wird jetzt einfach hier drauf geschoben seht ihr so schaut es aus und dann könnt ihr halt anderes zubehör dran machen zum beispiel jetzt hier noch so einen coolen ja das ist so ein so ein griff zum halten schaut dann so aus optisch auch dann sehr interessant seht ihr finde ich gar nicht mal so schlecht jetzt dann habt ihr schon mal eine etwas schickere strife ja das ist ja der chris vector kit für die strife sieht auch richtig fest aus kostet auch fett kälte und hier unten haben wir das magazin und da gibt es auch so ein optisch schöne zubehör satz und zwar auch hier wieder von wirker das wird dann unser so ein kleines sechser magazin einfach drunter geklippt und zwar so kann man es drunter klippen bis ein clip raus machen müsste dann die beiden schrauben lösen und jetzt kann man das dann halt prima hier so reinstecken und das sieht optisch halt dann noch dem original ähnlicher seht ihr als wenn da so das fette magazin von wirker ausguckt sieht auch richtig schick aus seht ihr hier und die verarbeitung ist natürlich dann auch sehr gut das ist halt nur sechs schuss ist halt nur für die optik dann ja hier wird das pump kit für die retaliator auch ziemlich cool und wer sich nicht hier sagen mal obendrauf eine zielhilfe machen will der kann das auch hier vorne tun und zwar mit diesem zubehör teil so das mal raus und das steckt dann einfach hier so durch bist du zu dick nein bist nicht zu dick dann kommt das wieder hier drauf dann gehen wir so ein bisschen nach vorne ein bisschen nach hinten und dann wieder vorne rein das muss ich gucken das ist so weiter geht es nicht das kann man noch ein bisschen ran schieben so zack ohne so genau wo die kamera um und so schaut es dann aus und dann könnt ihr halt dann so drüber zielen finde ich auch ziemlich cool dann halt als zubehör teil so noch mal zur strife und zwar das machen wir hier raus das soll wohl so eine art ja also heute fällt mir alles runter das brauche ich aber gleich noch das soll wohl so eine art schalldeffer darstellen ist aus aluminium wird einfach drauf geschraubt das gibt es halt so im set von worker was ich zeigen wollte ich habe hier noch diesen nein das ist kein anderer hintruder dieses fette teil hier auch wieder nur der optik wegen das könnte man zum beispiel ja ist eigentlich too much aber egal auf die strife vorne drauf machen das rohr ist zu lang ich weiß ich muss mal gerade was gucken so komm mal her mein freund so dann könnt ihr das hier reinsetzen aber nein das ist natürlich ziemlich heavy würde vielleicht besser auf die retaliator passen vielleicht machen wir es gleich nochmal dran was hier cooler ist wäre dieses teil hier das gefällt nämlich richtig schick das ist auch richtig cool richtig cool für die reken wenn ihr das hier noch an die reken jetzt muss man gucken worker worker also so rum wenn ihr das noch an die reken dran macht habt den richtig fetten plaster dafür müsste aber wieder vorne dann diverse sachen raus machen so wir stecken das hier stecken das hier mal rein und jetzt stecken wir das auch wieder da rein das ist nicht mehr zu stecken geht und dann stecken das noch weiter durch so mal gerade gucken ihr seht auch so ist es falsch rum dann drehen wir das mal kurz schließt zwar nicht ganz hier vorne ab aber und schaut mal das sieht mächtig ich habe so kurze arme und das sieht dann auch ziemlich cool aus jetzt kann ich es besser zeigen finde ich nicht schlecht schöne optische aufwertung so jetzt wollte ich das andere noch an hier retaliator machen den annalienbruder komm her mein freund du wirst gebraucht was wer erfindet wer erfindet sowas immer so Pam so warte mal quietscht sogar so also schaut mal kann man leben wenn ihr damit auf das schlachtfeld kommt er zittern eure gegner fallen auf die knie um winsel und gnade ja manche leute sagen ich habe einen an der klatsche macht aber nix jo dann habe ich euch mal so ein kleines video wieder gezeigt was es für schicke zubehör anbauteile verschönerungssachen für eure plaster im internet zu kaufen gibt finde ich nicht schlecht ist jedem selber belassen ob er das original benutzen will oder den halt so ein bisschen optisch aufbessert so was kommt noch als nächstes ich habe noch ein nettes kit von worker und zwar einmal zweimal und wenn es genau hinguckt da passen ja gar keine nerfdarts rein das ist ja das ist ja viel zu klein ja stimmt weil da kommen von worker die kleinen stummelschwänzchen rein seht ihr und die fliegen richtig cool zeige ich mal gerade jo die kleinen stummelschwänzchen sind drin das hier ist mein granatwerfer an der rapid strike drangemacht laden wir mal das ganze und dann könnt ihr damit paut immer ganz genau treffen jo das video kommt dann auch noch muss aber noch zusammenbauen das teilt und da bin ich ganz stolz drauf weil ich bin der zweite in deutschland nach der ovl community die haben glaube ich für das ding 400 euro auf den tisch gelegt ich habe nur 240 haha weil ich habe es aus england die haben es aus den usa dann bin ich erst der zweite in deutschland der euch dann noch die nerf terra scout vorstellt und das video kommt dann am sonntag sonntag